die so so mit dem wir in Richtung DDD Dura, aber ich glaube das ist ein Panzer Dachmann fuck ey Deckung geben Panzer? Ja, Aua wir stehen ja voll unter Beschuss Aua, das gibt's nicht, ey kann nämlich genau den Augenblick machen, wenn ich schieße, ey wir sind wir gerade ziemlich sehr präsentiert haben wir brauchen Unterstützung Panzer D mal reinschreiben hier, dass hier rund geht Id bereg'nben das hier Wo? Ja, toll ey, das ist eine gute Ansage irgendwo ist ein Gegner oh weiss ich auch wo der genau is Da ist ein Heli. Es bringt nicht wirklich was, auf den Heli zu schießen. Warum zerdeppert der hier die ganze Gegend? Das ist ja unlustig. Ab zu B. Wo ist B? Da ist B. C blinkt auch. B blinkt auch gar nicht. Aber B ist schon heimlich. Wartet mal! Beeil dich mal! Ihr könnt doch warten. Ihr habt so einen Stress. Ich bin Medic. Ich muss viele Erste-Hilfe-Sachen transportieren. Ich blieb nicht so schnell. Wir werden beschossen. Wo, 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 wo? Sag halt, wo, verdammt du dich nicht. Von links! Du wirst doch sehen, von wo du beschossen wurdest. Ey, immer das ich gemacht habe. Ach, komm gleich wieder, ey. Wieder, ey. Ich sterbe die ganze Zeit vom Gleichen, ey. Jetzt habe ich ihn noch. Ne, jetzt sind wir andere. Deckung, Granate! Das ist wieder eine von diesen Runden, die ich hasse. Irgendwo ist da ein Typ mit einer Nate. After Effects, genau. Die Stats ein bisschen verändern. Fuck, wo, 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 wo? Ja, wo ist die Sniper? Ja, sag das doch, Mann, ey. Ich muss schon ansagen, wo er ist, ey. Hab ihn. Nein, Love macht mich. Die Love macht mich. Oh, Gott, der hat die, der hat die festgefahren. Du bist zwischen der Rolltreffer, oh mein Gott. Mein Gott, ich nehme mir jetzt aus. Komm, jetzt gibt es ein Pio. Jetzt gibt es hier Pio-Action zwar böse. Das ist ein Center-Mail-Aktop. Nee, ich renne zu dem blöden LRV. Ich verliere Mb schon wieder für den B schon wieder, Jungs. Wir verlieren alles. I'm by D, I'm by D. So, ich geh jetzt auf das Love los. Ja, hab ich schon wieder gesehen, ey. Cheater. Hab ihn getroffen. Fuck, da liegen sie. Und er ist der beste Kill. Das war jetzt geil. Mich mal wiederbeleben, mich mal wiederbeleben. Da kommt einer, da kommt einer. Ach, das ist lustig. Ach, scheiße. Oh, 20 Frames, 18. Hey, Heli-Action. Mach mal Heli-Action. 18, 19. Alter, wie kannst du spielen? Äh... Na, sieh, 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 sieh. Wir fliegen irgendwo hin und lassen und springen dann ab, okay? So, Achtung, 3, 2... Nee, steigen wir da ab? Mach jetzt. Verdammt, ich hab's vergessen, auch eh zu drücken. Ich hab' leert, hast du gedrückt. Ich tue jetzt hier abspringen. Mit einem Schuss, sag, komm mal. Wir haben sie. Wir laufen den Geiern um. Nein, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Fuck, ey. Was, der lebt noch? Mann! Ey. Der ein Lack, ey. Kalio kalt. Ja, doch, der ist tot. Dankeschön. Fuck, wir werden beschossen von irgendwo. Wir verlieren irgendwie alle Objektivs. Und ich fall' die Treppe runter. Oh, jetzt schubst du mich die Treppe runter. Mann, ey. Wo rennst du hin eigentlich? Zu D, oder? Ja. Ja, geh mal zu D. Und B haben wir auch schon wieder verloren. Er, da kommt ein Heli. Diese scheiße Zweigen, die wir noch nicht durchwenden können. Wir brauchen eine Stinger. So, es wird schon erobert. Der Blanky ist schon da vorne. Oh, fuck, sniper. Achtung. Wieso wieder ich? Ey. Das ist so verrückt. Der kommt jetzt am Dach hier. Und immer werde ich gemacht, ey. Haben wir alle heute auf Rocktops abgesehen. Will er aufnehmen. Da ist einer. Terminator macht mich. Ey, aufnehmen. Der Rock. Erst retten, dann schießen. Am coming. Wichtig. Ey, hey, Jungs, ey. Ich sag's euch. Heute nicht meine Runde. Oh mein Gott, 5 zu 5. Fuck, da ist noch einer. Du warst ja gerätzt, ne? Dankeschön. Ja. Hey, hey, hey. Ich brauche eine Medikette. Ich brauche eine Medikette. Ich brauche eine Medikette. Hey, hey. Zurück, zurück. Wir verlieren den schon wieder. Ja, danke. Wo ist denn der Typ? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich höre nur ballern. Ah, ist im Haus drin. Lucky duck. Ist da unten. Da ist noch einer. Ah, das ist ein Jeep oder sowas. Ein Jeep oder sowas kommt da. Ich weiß nicht, dass sie kommt. Ist auch ein Medikette. Rino. Ja, ist ein Jeep. Ist auch zerstört worden, glaube ich. Von der Chaveline. Aber sie sind ausgestiegen. Mann ey, der schreckt mich schon wieder. So ey. Sehen viel zu viele Leute hier. Ich bin wieder der, der das erste stirbt hier ist beim Muni. Ich werde schon wieder von irgendwo geschossen, ey. Grenn doch. Ich renne einfach nicht. Panzer, what the fuck? Ich dachte jetzt nach hinten, ey. Fuck, wie kann ich der schon wieder sehen, ey? Ah. Wie zum Teufel sieht er mich? Ja, und der blöde Sniper, da gammelt vor dem Panzer rum, ey. Mann. Komm, ich nehme jetzt das Love. Jetzt reicht es mir. Jetzt gibt es... Jetzt gibt es Haue, ey. Ne Scheiße. Und mit das letzte Wenger pushen. Jetzt muss ich Fahrzeug fahren. Fahke hinter mir. War mal in der Flakke schütz? Ja, wo? Das ämbelt und abgeschossen. Wieso Roadkill? Rät hier? Das ist jedes Mal, wenn man nen Jet. Das macht er bei Roadkill. I don't know. Ah, hätte man noch benutzen können. Äh, der wäre zerstört. Ich wollte, bevor irgendwer übernimmt, zerstöre ich ihn, lieber. Du, vorhin ist was, oder? Warum habe ich die Granaten, wenn ich sie schon geworfen habe? Die verlieren D schon wieder. Hab ihn. Hatschen. Fahke, ich bleib hängen, ey. Da ist er. Hockey. So, was? Ne, nicht. Da ist noch einer. Weg. Stärkert einen. Fuck. Oh mein Gott, ich verschwinde den Scheiß zusammen. Mach, mach, mach. Was verlieren? Wir verlieren B, wir verlieren B, wir verlieren B. Wir verlieren B. So. Wo muss man hin? Das ist ein fertiger Panzer. Machen wir Panzerjäger. Ja, ohne Schiss. Die hat, Luff hat eine gute Munition. Und schön. Fahr weiter. D. Der Panzer ist schon tot. D. Rück, 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 rück. So, umdrehen. Vollgas. Ah, das ist wieder ein Heli. Fahrt auf. Ach ja, Stress nicht. Stressless, sag ich nur. Oh, fuck, ey. Das Ding hüpft schon wieder rum. Immer schön auf die C4. So, wo sind's denn? Du weißt es nicht. Und eh haben wir auch schon wieder von und von auch gleich hin. Fag, ich werd gejoggt. Level, äh, gejoggt. Wer geht javeliniert. Tank, tank, tank. Oh. Zurück, zurück, einfach zurück. Kann der Rätsel? Ach man, wie kann der mich machen, ey? Wie kann ich der machen, ey? Ihr hätt mir den melden müssen, irgendwie gespottet oder so, ey. Aber man ist gespottet gewesen. Nee, hab ich nicht gesehen. Oh, scheiße, aber ein Bot von mir ist mir gespott. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So, ey. Wir verlieren gerade alles irgendwie. Schauen wir mal, wo wir jetzt sehen, was ist Bront mal bei mir, Jungs. Ich laufe. Sag, ich werd gelockt. Scheiße. Da vorne ist der Vogt da drin. Mann, ey. Hab ihn. Wann, ich werd schon wieder gelockt. Reparier mich, reparier mich, reparier mich. Ach, Mann, ey. Jetzt wird ja keiner da zum Reparieren. Den Typen hab ich gut gemacht, einfach Auto schießen. Schon ist er tot. Wie? Da oben kommt was runtergeflogen. Aber ich kann mich nicht spoten, ey. Da war mein Heli. Kommt noch einer. Da kann ich nicht spoten, ey. Hass ich das. Aber wir gewinnen. Nice. Nice, nice. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. So. B verlieren wir. Also ich geh mal zu B. Wo hättest du hier eigentlich? Ja, ich geh auch zu B, oder? Da ist grad voll die Action los. On my way. Ich kenn's noch gern an Dinkelern, schön. Die Hock um auf dem Gebäude drauf. Ach, nix. Hat es wieder ein Panzer drin oder irgendwas? Ah, ja, LV. Aber auch befreundet das. Sehr schön, aus. Schade, kein Dinkel mehr. Na gut, das war eine lustige Runde. Bis dann das nächste Mal. Ciao. Ey, wir waren am besten. Ja, Brise und so sind wir da runter. Anna, die sind doch da. Gut, äh, ich tue jetzt schnell Audio-Datei abspeichern. Und so sind wir da. Vielen Dank.